Gang Story of City of Sands Wir machen jetzt die Mission Tolle neue Welt Ich bin euer XXXP Und das müsste jetzt so um die 30. Folge sein, kein Plan Ja 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 Aha Aha Okay Fumo der kleine Pionauer, Spasti, ey Versteckt sich also auf dem Friedhof Und betet wahrscheinlich zum Grab seiner Oma Bisschen leiser vielleicht. Und wieder der Bug. Ich will dir mal sagen, ich hab hier immer Vorfahrt, ne? Alter. Was für Schuhe, ey? Na, siehste, guck mal, du kannst nicht fahren. Und fährst hier gegen andere Autos, schlimm sowas. Ups. Achso, ja, da ist der Eingang. Bei Nacht ist die Mission hier echt cooler. Was? 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 Ja, Segel. Das sah so aus, als ob der sich da einbuddeln wollte. Was? 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 Am Frite. So 끌it... Was? Whoa. Wow, it's fast. So, mich würde jetzt erstmal interessieren, wo Fumo eigentlich wohnt. Und ich habe das zwar schon gespielt, aber leider habe ich wieder vergessen. Und ich habe das zwar schon gespielt. Ach so, der wohnt auch da. Alter, wollt ihr mich verarschen? So ein Scheiß-Game. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Tschüssi.